Herzlich Willkommen im Restaurant Klassenzimmer. Bei uns wird das Nachsitzen zum kulinarischen Vergnügen. Genießen Sie eine feine Küche im Allacart Restaurant oder planen Sie mit uns Ihre nächste große Feier im modern gestalteten Festsaal. Wir freuen uns auf Ihre Reservierung. Wir kochen besonders gerne mit regionalen Produkten aus unserer schönen Heimat in Schleswig-Holstein. Neben den beliebten Klassikern auf unserer Speisekarte bieten wir außerdem viele moderne Kreationen an, wie unser Genussbrett. So, dann haben wir hier für Tisch Nummer 1 zweimal das Genussbrett. Dies vereint alle unsere Vorspeisen, liebevoller als kleine Köstlichkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Das historische Ambiente der alten Dorfschule verleiht in unserem Klassenzimmer eine ganz besondere, gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre. Darf ich euch noch etwas zu essen empfehlen? Moin Moin, herzlich willkommen bei uns. Ihre Schüssel liegen schon parat an der Rezeption. Vielen Dank. Direkt angrenzend an das Klassenzimmer befindet sich das idyllische Landhaus Amor mit komfortablen Übernachtungsmöglichkeiten. Perfekt geeignet, wenn Sie mal bei uns eine größere Gesellschaft ausrichten wollen. Dann kann ich nur sagen zum Schluss, wir freuen uns, wenn Sie uns mal besuchen und sage bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020